Hallo, herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk, den Christian Stankowitsch heute halten wird. Es geht um Linux Host Security. Ich muss alle, die mich kennen, enttäuschen. Mir fällt wirklich gerade kein dummer Spruch dazu ein, also würde ich ihn einfach anfangen lassen. Viel Spaß. Ja, danke schön. Schön, dass ihr zu so einem sehr speziellen Thema so zahlreich da seid. Ja, willkommen zum Talk Linux Host Security. Und mein Ziel ist es, euch einfach mal so ein paar Learnings aus drei Jahre Projekten mitzugeben. Also ich bin kein Pentester, ich bin kein Security-Spezialist, sondern ich mache ganz viele Automatisierungsprojekte und sehe hier und da Dinge, die nicht so cool sind und versuche, die automatisiert schöner zu machen. Und da habe ich einfach mal alles in so einen bunten Kessel reingeworfen und das gucken wir uns jetzt gleich an. Von daher, vermutlich wäre jedes einzelne Thema, über das wir reden, wert, nochmal den eigenen Talk drüber zu machen. Aber wir versuchen uns mal ein bisschen zu komprimieren. Wer bin ich überhaupt? Wird ja schon vorgestellt. Christian, ich bin Berater und Trainer bei der SVA und beschäftige mich da vor allen Dingen mit Linux, Vitalisierung, Infrastructure as Code und vor allen Dingen Automatisierung, weil ich stinkend faul bin, wie vermutlich viele von euch auch. Wenn ich etwas zweimal machen muss, dann überlege ich mir spätestens beim dritten Mal den Automatismus, damit ich irgendwie was Sinnvolleres parallel machen kann, wie Katzenvideos gucken oder sowas. Ansonsten darf ich den Focus on Linux Podcast moderieren, habe auch einen Blog und bin auch auf Mastodon unterwegs. Von daher werfen wir vielleicht mal einen Blick auf die Agenda. Wir steigen gleich mal kurz ein, warum wir das überhaupt machen, uns mit dem Thema so zu beschäftigen. Ist ja auch nicht der einzige Talk. Eben gerade gab es ja auch schon einen sehr spannenden Talk über Outits.de und gucken uns ein paar Grundlagen an. Ich denke mal, da wird viel dabei sein, was euch bekannt vorkommt. Ich glaube, gerade hier in den chaosnahen Kreisen ist Security ein sehr gelebtes Thema. Trotzdem wiederholen wir nochmal ein paar Basics. Vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Dann zeige ich euch so ein paar weitere Tools, die man so anwenden kann, um so eine generelle Security aufzubauen und gegen Ende würde ich euch gerne DevSec zeigen. Das ist ein Tool, das ich sehr häufig benutze. Hat das von euch schon mal jemand gehört? Kurzes Handzeichen vielleicht? Hat noch niemand gehört? Okay, schauen wir mal. Vielleicht gehen ja beim nächsten Vortrag dann mehr Hände hoch. Ich finde es ein spannendes Tool und freue mich euch das gleich vorstellen zu dürfen. Aber worum geht es überhaupt? Warum machen wir das Ganze überhaupt? Naja, ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass Linux-Systeme im Serverbereich immer populärer werden. Das Jahr des Linux-Desktops kommt sicherlich noch, wobei ich hier schon viele Leute gesehen habe, bis auf dem Desktop benutzen. Ich denke mal, es wird hier auch die Mehrheit sein. Aber man kann festhalten, dass 80 Prozent der Web-Server unter Linux betrieben werden. Und auch wenn wir jetzt wirklich mal uns so Mainstream-Anbieter angucken, wie Microsoft Azure mehr als 50 Prozent der Azure-Workloads sind Linux-Workloads. Also Linux ist in der breiten Masse angekommen. Auch wenn es vielleicht auf dem Desktop nicht der Fall ist, gerade im Server- oder IoT-Bereich ist das in der Regel gesetzt. Und gerade die ganze IoT-Hardware, die man so günstig sich irgendwo klicken kann, da läuft meistens irgendwo ein Linux- oder ein Embedded-System drauf. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss natürlich, dass dadurch das Interesse für Angreifende steigt. Wenn irgendwo was weit verbreitet ist, ist es potenziell interessant, sich das mal anzuschauen, ob man da ein bisschen Miss-Use betreiben kann und Daten abschnorchen kann beispielsweise. Und wenn man sich jetzt mit Servern und anderen Systemen beschäftigt, hat man oft das Problem, dass die Standard-Installationen in der Regel nicht unbedingt sicher sind. Und ich habe dann immer so die Entscheidung, ich muss einen Trade-off treffen. Will ich ein System haben, das potenziell eher sicherer ist, aber nicht so komfortabel zu benutzen? Oder würde ich ein System haben wollen, das komfortabel zu benutzen ist, damit meine KollegInnen das benutzen können, ohne mich dreimal anrufen zu müssen, dann habe ich aber wieder ein System, das nicht so sicher ist. Also im Endeffekt müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir so eine Situation vermeiden. Eine fantastische Security. So soll es natürlich nicht aussehen, aber so schlimm ist es zum Glück auch nicht, wie hier in diesem GIF. Denn glücklicherweise gibt es zahlreiche Möglichkeiten, so ein Linux-System zu härten. Zum Beispiel sinnvolle Grundeinstellungen kann ich ja auswählen. Dann gibt es so wunderbare Technologien, sehr, sehr sinnvoll, aber leider auch ziemlich verhasst, wie SE Linux und AbArmor. Wer von euch hat es schon mal ausgeschaltet oder schaltet es regelmäßig aus? Da gehen viele Hände hoch, ja. Ich kann das verstehen, es ist schmerzhaft, es magert mir erstmal Dinge an, gerade in Kombination mit Audit.de ist das so ein Thema, da kann man sehr viel Zeit drin versenken und so nach dem Motto, wie mache ich mal den spannender, SE Linux und AbArmor und Audit.de benutzen. Ich verstehe das, dass man gefrustet ist, aber abschalten ist eigentlich nicht so sinnvoll, weil es soll schon einem dabei helfen, ein sicheres System zu haben. Eine andere Option, die man natürlich auch hat, und das wollen wir uns später angucken, ist die automatische Härtung nach Best Practices. Und auch so Dinge wie, gerade wenn ihr Systeme habt, die irgendwo im Internet hängen, dann wollt ihr vermutlich danach gucken, dass IPs, die nachweislich immer wieder versuchen, eure Maschinen aufzubohren, dass man die vielleicht automatisch wegsperrt, sodass die halt nicht einmal in der Stunde das versuchen können, sondern nur einmal am Tag oder einmal in der Woche. Bei all dem gilt aber natürlich, ein ausgiebiges Testen ist unabdingbar. Aber wir alle kennen, glaube ich, diese Applikation, wofür es, warum auch immer, keine Testsysteme gibt, weil es kostet ja Geld, also muss man es direkt in der Produktion testen. Also ich glaube, diesen Trade-off, den kennen wir ja auch alle, notwendigerweise und sehr leidensweise. Werfen wir mal einen Blick auf die Grundlagen. Wir fangen jetzt wirklich bei den Basics an, ich glaube, vieles wird euch vermutlich langweilen, wenn ihr es eh schon kennt, aber wiederholen wir nochmal, dass wir alle einen gleichen Stand haben. Prinzipiell ist es immer sinnvoll, nach dem Mantra zu arbeiten, weniger ist mehr. Also eine minimale Paketauswahl zu treffen. Wenn ich einen Server installiere, will ich potenziell keine GUI haben, weil das ist wieder eine weitere Komponente, die theoretisch missused werden könnte, wo ein Bug auch ausgenutzt werden könnte. Von daher will man das eigentlich nicht und man will auch nicht benötigte Pakete eigentlich deinstallieren. Wer von euch hat schon mal mit SAP arbeiten müssen? Was ich nicht verstehe, wenn ich mir einen SLAS oder einen REL-Server für SAP installiere, dann wird da automatisch ein vollwertiges X11- oder Wayland-System hochgezogen. Und ich kann mir nicht ganz erklären, warum das notwendig ist für den Betrieb eines Servers. Meine Vermutung ist, es hängt damit zusammen, dass man ja immer nochmal lokal auf dem System vielleicht einen SAP GUI starten will. Wer kennt es nicht? Auf dem Server einfach mal einen SAP GUI starten. Das ist für mich so ein Anti-Pattern. Also gerade da bei so einem ERP-System will ich ja eigentlich potenziell eine höhere Sicherheit haben, habe aber automatisch immer einen SAP GUI, habe immer eine GUI mit dabei. ist halt der Default, der gesetzt ist, den man, glaube ich, mal diskutieren könnte und auch sollte. Ist eine Business-Office. Stimmt, Entschuldigung. Das erklärt es natürlich total. Und auch klar ist, glaube ich, was wir hier an diesem Bild rechts sehen, vielleicht Pakete nicht unbedingt aus dubiosen Quellen installieren. Also ich könnte es natürlich von einem ordentlichen Repo installieren oder ich könnte natürlich auch dieses total sketchy URL mit Curl aufrufen in der Rootshell pipen, weil geht ja schneller. Das kannst du schon so machen, aber dann ist es vielleicht nicht so eine gute Idee und dein System ist danach nicht so in einem tollen Zustand. Also das vielleicht vermeiden und ganz klar natürlich auch regelmäßig Updates installieren. Da gibt es so Add-ons wie Unattended Upgrades für alles, was Debian-artig ist oder YAM-Code oder DNF-Automatic für alles, was halt Red-Hat-artig ist, also beispielsweise auch Fedora. Das will man potenziell benutzen. Firewall nicht deaktivieren. Es ist ein sinnvolles Stück Software. Da sollte man vielleicht mal gucken, dass man eine sinnhafte Konfiguration vornimmt und auch bevor so ein System wirklich online geht, mal so die Zonen-Config überprüft. Und ich muss noch mal betonen, SED-Linux bitte nicht deaktivieren. Es hat einen Grund, warum dieses Stück Software mal entwickelt wurde. Wenn ihr den Fehlerfall habt, dass irgendwas überhaupt nicht laufen will, aber ihr habt den Druck, das muss jetzt erstmal laufen, dann setzt es wenigstens in den Permissive-Mode. Das sorgt dann dafür, dass die Applikation funktioniert. Es wird dokumentiert, welche Calls nicht zugelassen werden und loggt das Ganze mit, damit ihr das alles schön in Ruhe mal nacharbeiten könnt, aber die Applikation halt trotzdem erstmal läuft. Also da vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meiner Zeit als Admin. Hatten auch irgendwo einen Webserver mit einem super alten CMS, ohne da jetzt einen Namen nennen zu wollen. Und da gab es ein tolles, selbstgebasteltes PHP-Skript, was Dinge tut und über eine Web-GUI dann Daten abfragt, die dann per Mail irgendwo rausgeschickt werden. Das ging natürlich nicht mit aktivem SE-Linux. Und ich habe natürlich mein Veto eingelegt, SE-Linux auf gar keinen Fall deaktivieren zu wollen. Wie das natürlich häufig so ist in Unternehmen, gibt es immer oftmals Ansagen von oben, die in Folge zu leisten ist. Das habe ich mir schriftlich geben lassen. Und es hat, glaube ich, zweieinhalb Stunden gedauert, bis das System gehackt wurde und wir zwei Wochen lang keine Mails schicken durften wegen Bad Reputation. Danach haben wir nie wieder Diskussionen über SE-Linux geführt. Also man kann das auch positiv sehen, wenn es mal so einen Vorfall gab, dann hat man auf einmal wieder mehr Awareness im Team geschaffen. Und was ich da mit euch noch sagen will, SE-Linux, so schmerzvoll es auch sein mag, es hat seine Daseinsberechtigung und gibt dem Thema eine Chance. Auf dem Dateisystem niemals die konstante CH-Mod 0777 benutzen. Das darf dann wirklich jeder lesen, schreiben, ausführen. Das möchte man potenziell nicht. Manchmal merkt man, dass klassische Berechtigungen nicht mehr ausreichen. Also Benutzer plus Gruppe und Rest der Welt. Dann nehmt einfach ACLs, die euer File-System mitnehmen. X4 kann das, XFS kann das, ButterFS kann das. Also das ist ein Feature, das ist ein gelöstes Problem und ist meistens auch kein höherer Aufwand, als andere Lösungen sich zunutze zu machen. Generell Setuit und Setgit würde ich vermeiden. Und auch so ein Klassiker, versucht dedizierte Partitionen einzusetzen. Also nehmt sowas wie LFM oder ein ButterFS und guckt, dass ihr so Dinge wie Slashwar auf eine eigene Partition hebt. Das sorgt dann dafür, wenn ihr eine Applikation habt, die potenziell die Platte voll schreibt, ihr immer noch die Möglichkeit habt, eben auf dem Dateisystem andere Dinge zu tun. Eine Platte, die zu 100% voll ist, sorgt im Fehlerfall dafür, dass ihr ein System habt, das nicht mehr sauber funktional ist und sich auch nicht mehr sauber booten lässt. Das wollt ihr eher nicht. Auch so Dinge wie Slashhome. User sind sehr gut da drin, euch die Platte voll zu müllen. Das will man auch im Server der Produktives auch vermeiden. Deswegen auch da eine eigene Partition. Und für Drittanbieter-Software hat sich ja sowieso eine eigene Partition Slash-Opt soweit durchgesetzt. Kommen wir zu einem sehr emotional diskutierten Thema. Passwörter. Ich weiß, der BSI-Beirat hasst diesen Trick, aber es ist immer noch meiner persönlichen Auffassung nach Common Sense, sich über so Dinge wie Aging und Passwortlängen zu unterhalten. Sowas wie zum Beispiel, wie lange muss ich ein Kennwort mindestens benutzen, bis ich es wieder ändern darf und wie lange darf ich es benutzen, bis ich es wieder ändern muss, beispielsweise. Genauso wie eine Minimallänge und eine Maximallänge. So ein dreistelliges Kennwort ist vielleicht nicht so eine sonderlich gute Idee. Vor allem, wenn ich es nie ändern muss. Und der Default bei den ganzen Linux-Systemen ist halt oftmals, dass ein Passwort ein Aging von 99.999 Tagen hat. Und das ist vermutlich keine gute Idee, das beizubehalten. Ihr könnt natürlich auch beliebig komplexe Passwörter erfordern. Dafür gibt es eben das pw-quality.config-File, wo man eben definieren kann, zum Beispiel, es müssen so und so viele Zeichenklassen drin sein, also sowas wie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Und die hitzige Diskussion, die sich da immer wieder ergibt, ist, dass man natürlich argumentieren kann. Und wenn ich jetzt meinen AnwenderInnen die Pflicht auferlege, für alle 40 Server, die sie bedienen müssen, unterschiedliche Kennwörter zu pflegen, dann werden die das irgendwann nicht tun. Dann haben die ein Kennwort, wo sie acht Stunden lang überall auf allen Systemen entern. Das steht auf dem Post-it und das Post-it klebt am Bildschirm oder unter der Tastatur. Völlig valider Einwand. Das will kein Mensch. Das ist keine Security. Das ist einfach nur fahrlässig. Aber wenn man wirklich ein sinnvolles SSO irgendwo hat und sagt, okay, es gibt ein komplexes Kennwort, das muss ich mir merken, das muss ich alle 90 Tage ändern und danach kann ich auf dieses Thema, auf die ich berechtigt bin, passwortless, per Kerberos beispielsweise, hin und her springen, dann finde ich, ist das ein valides Setup. Aber ich glaube, man kann drei Leute fragen, drei Leute sehen das anders. Ich wollte sie nur noch mal kurz zur Diskussion stellen. Wenn ihr zentrale Authentifizierung habt, LDAP bitte verschlüsselt. Man muss es wirklich noch betonen, es gibt immer noch Umgebungen, wo ein LDAP ohne Verschlüsselung anzutreffen ist. Das ist natürlich auch keine sonderlich gute Idee, weil, naja, wenn ich in meinem Netzwerk drin bin und mal ein bisschen den Traffic mitlese, ist das so eine Situation, die man eher vermeiden will. Genauso wie anonyme Binds. Also wenn ich ohne einen berechtigten User einfach munter alles lesen kann, wer ist denn in diesem Verzeichnis drin, dann kann das eine sehr gute Vorbereitung für Social Engineering sein, weil dann weiß ich, welche Mitarbeitenden in welcher Beziehung zueinander stehen, habe vielleicht auch so Informationen wie E-Mail, Telefonnummer. Das ist natürlich auch eine Information, die man nur berechtigten Personen zur Verfügung stellen will. Weil sowas wollen wir halt irgendwie nicht, dass wir so ein super sicheres Eingangstor haben und naja, irgendwie gibt es schon so einen sneaky Way, drum herum zu kommen und dann brauche ich halt auch keine super krassen Passwortrichtlinien, wenn ich das einfach in irgendeiner Art und Weise umgehen kann. SSH, auch eine Komponente, die natürlich jeder von uns, denke ich mal, tagtäglich benutzt. Da sollte man erstmal festhalten, Basics, natürlich wollt ihr keinen Root-Zugang irgendwo zulassen, sondern ihr wollt potenziell schon dafür sorgen, dass Root-User nicht direkt benutzt werden können. Warum? Naja, es ist ein anonymer User in dem Kontext. Root kann halt theoretisch jeder oder jede sein, die irgendwie an die Credentials gekommen ist. Man möchte personalisierte User irgendwie haben und die dann berechtigen, mittels Sudo zum Beispiel Kommandos auszuführen. Dann kann ich nämlich genau nachvollziehen, wer hat was wann, auf welchem System ausgeführt. Alte Chiffon kann man immer mal wieder zwischenzeitlich reviewen und überlegen, ob das noch sinnvoll ist, die weiter zu benutzen. Und ja, Public Key Authentifizierung sollte sowieso der Standard sein, meiner persönlichen Meinung nach. Und im Gegenzug natürlich auch die Passwort-Authentifizierung deaktivieren. Ja, weil das auch nicht mehr unbedingt Best Practice ist, das so zu tun. Aber ich nehme an, die meisten von euch werden sowieso Public Key Authentifizierung benutzen, oder? Also gibt es noch jemanden, der andere Wege... Ne? Okay. Gut. Nähere Kennwörter war lange auch ein Default in manchen Distributionen. Das ist natürlich auch nicht sonderlich klug, wenn ich einen Root-User habe, für den ich vielleicht noch nicht mal ein Kennwort vergeben habe, weil es eine automatisierte Neuinstallation aus meinem Netzwerk ist. Und dann kann ich mich einfach einloggen, wenn ich schnell genug bin, irgendein shady Kennwort setzen und dann habe ich ein System, auf dem ich tun und lassen kann, was ich möchte. Das möchte man potenziell vermeiden. Sehr bequem, aber auch nicht sonderlich sicher, ist TCP-Forwarding oder Tunneling. Ich glaube, wir alle haben es schon mal gesehen, man hat irgendwo einen Jump-Host in irgendeiner isolierten Umgebung, wo wir rein wollen. Und um auf das System hinten dran zu kommen, tunnelt man sich über den Jump-Host irgendein Port-Forwarding, um auf eine Web-GUI zu kommen beispielsweise. Kann man machen, ist aber auch nicht Best Practice, weil es da auch Möglichkeiten gibt, Angriffe dagegen zu fahren. Das sind so die gängigen Optionen, die ich auf jeden Fall immer setze. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es noch bedeutend mehr. Das heißt, wenn ihr Tipps habt aus eurem Alltag, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich immer, da noch mal reinzuschauen. Und wenn wir über SSH reden, SSH ist ein Dienst, mit dem wir uns einloggen können. Es gibt natürlich auch noch andere Dienste, die man sich anschauen kann. Beispielsweise klassische Serverdienste. Wir haben einen Web-Server irgendwo, welcher das jetzt auch sein mag, oder einen Mail-Server. Dann dienen oder dann neigen die meistens dazu, viel Informationen über das Betriebssystem oder die Anwendungen bereitzustellen. Also so ein Klassiker habt ihr bestimmt alle gesehen. Ihr klickt auf irgendeinen Link, ihr wollt irgendwo eine ISO runterladen und auf dem Mirror-Server ist der Ordner jetzt anders. Also ihr kriegt ein 404. Und sehr häufig steht dann unten eben Apache 2.4, Ubuntu sowieso. Und dann habe ich natürlich zwei sehr wertvolle Informationen, die ich auswerten kann. Ich weiß nämlich, welche Web-Server-Version verwendet wird und welche Linus-Distribution eingesetzt wird. Und da gibt es natürlich sehr umfangreiche Datenbanken im Internet, die mir dann Möglichkeiten liefern, welchen Bug ich da potenziell ausnutzen könnte. Das findet man meistens, wenn ihr mal nach Banner oder Server-Tokens in der Dokumentation eurer Applikation sucht. Und das will man dann auch potenziell abschalten. Oder irgendwelche Dummy-Werte eintragen. Also irgendwie Hannah Montana Linux 20 sowieso. Damit Leute dann versuchen, danach zu suchen und dann halt Zeitwasten anstatt Systeme zu hacken. Finde ich auch immer ganz nett, da ein bisschen professionell zu trollen. Ganz wichtig natürlich auch, regelmäßig Backups konfigurieren und Restores auch testen. Gerade der letzte Punkt ist sehr wichtig. Wer von euch macht Backups? Da gehen sehr viele Hände hoch. Wer von euch hat schon mal einen Restore getestet? Freiwillig getestet. Das ist eine gute Ergänzung. Freiwillig getestet. Da sind schon einige Hände wieder runtergegangen. Also ich meine, Backup haben ist gut. Wir alle kennen die Redungsart. Kein Backup, kein Mitleid. Aber es ist auch wichtig, den Restore zu testen. Denn wenn man den unfreiwillig testen muss, dann ist das meistens sehr unschön, wenn man dann feststellt, oh, irgendwie fehlt da die Hälfte von dem, was ich eigentlich wieder haben wollte. Oder die Software funktioniert irgendwie nicht, weil mein Tape kaputt ist oder was auch immer. Also das möchte man schon testen. Genauso wie es schön wäre, Testsysteme zu haben. Gibt es jemand unter euch, der für eine besonders wichtige Applikation noch nie ein Testsystem vorgefunden hat? Okay, formulieren wir es jetzt mal um. Das ist richtig. Die Tests sollten beim Hersteller stattfinden, aber wir alle wissen natürlich, wie es ist. Also heutzutage wird oft gerne mit heißer Nadel gestrickt. Ich sage ja auch immer liebevoll, Bananenversion reift bei der Kundin. Aber auch, wenn man so weiß, man hat so eine Applikation und hat zehn superproduktive Server und ich habe da diese eine Security-Änderung, die würde ich gerne mal testen, dann ist es nicht gut, mit der Produktion anzufangen, die hunderttausende User vielleicht benutzen. Weil wenn ich dann was Falsches mache, dann kriege ich meistens sehr schnell sehr direktes Feedback und habe sehr viel Stress und das würde ich gerne vermeiden. Also ich glaube, wir alle kennen das, es gibt immer Applikationen, wo es heißt, naja, da haben wir kein Testsystem für, weil es zu aufwendig, kostet Geld, jada, jada, jada. Das sollte man natürlich immer wieder anregen, da doch nochmal drüber nachzudenken, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre. Auch für die total unwichtige Applikation, die aber irgendwie protgegangen ist, auch nochmal rückwirkend irgendwo ein Testsystem einzubauen. Ja, also auch das kann ja manchmal wirklich lehrreich sein, wenn man mal den ersten Ausfall hatte und gemerkt hat, ups, das machen wir beim nächsten Mal vielleicht dann doch wieder mit einem etwas besseren Test an der Stelle. Gut, wie gerade schon kurz angedeutet, es gibt diese Exploit-Datenbanken, die man natürlich benutzen kann, also auch so der Klassiker, nicht nur, dass ich weiß, welche Apache-Version mein Linux jetzt benutzt, auch sowas wie, ich habe irgendwo einen LAMP-Stack-Server, dann habe ich PHP-Debug-Ausgaben. Das ist heutzutage nicht mehr so schlimm wie früher, aber es gibt das immer noch. Und wenn ich dann natürlich weiß, uh, da ist in Zeile sowieso, da wird eine SQL-Abfrage gemacht und da ist irgendwie folgender Parameter in der Spalte, das kann man natürlich wunderbar dann auch wieder ausnutzen. In den öffentlichen Umgebungen ist es natürlich absolut sinnvoll, dieses Verhalten sofort abzustellen. Also wirklich nur auf Dev-Maschinen, Debugging-Outputs und auch vielleicht manchmal proaktiv einfach selbst mal schauen. Also es gibt wirklich, das sind nur einige Datenbanken. Also ihr seht, das PDF gibt es ja auch im Nachgang, dass da viele Links sind und ich habe jetzt mal nur ein paar rausgesucht. Es gibt zum Beispiel die Offensive Security Exploit Database, es gibt die Rapid7-Datenbank, es gibt ValDB, die es seit 1970 Verwundbarkeiten dokumentieren. Also echt ein Projekt, das es schon super lange gibt. Oder auch so Dinge wie CX-Security. Und es kann auch echt sinnvoll sein, da mal selbst reinzugucken. Naja, was ist denn so aktuell gerade ein großes Thema? Wo wird besonders viel ausgenutzt? Und mal zu schauen, bevor mich andere hacken, ob ich vielleicht selbst mal versuche, mich intern zu hacken. Gut. Das wäre das. Werfen wir mal einen Blick auf ein paar weitere Tools. Also jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlage geschaffen und ich zeige euch einfach mal exemplarisch ein paar Tools. Bin mir sicher, ihr kennt noch andere Tools. Da bin ich für Tipps auch immer sehr dankbar. Aber beispielsweise ein Tool, das ich sehr praktisch finde, ist AID. Das steht für Advanced Intrusion Detection Environment. Und das überprüft die Integrität von Dateien und Verzeichnissen. Das heißt, das könnt ihr benutzen, um so eine Rootkit-Analyse zu machen, weil ihr halt eben das Verhalten auch so ein bisschen sehen könnt, was sich am System geändert hat. Jetzt haben wir auch gerade ja nochmal ODD gehört. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wie so oft, es gibt viele Tools für einen Zweck. Viele setzen halt das ein. Das gibt es schon relativ lange. Ich glaube, ODD ist noch nicht so alt wie AID. Aber wie funktioniert es prinzipiell? Naja, wenn AID auf dem System wohl läuft, dann werden da im Wesentlichen Datenbanken mit kryptografischen Prüfsummen erstellt. Also beispielsweise MT5. Es gibt auch andere Algorithmen, die da unterstützt werden. Und in einer Config-Datei definiert ihr genau, welche Dateien und welche Verzeichnisse überprüft werden sollen. Zum Beispiel sowas wie eine ETC-Shadow. Da will man schon potenziell wissen, wenn sich da irgendwo am Content was geändert hat oder am Timestamp, dann das ist natürlich ein Indiz dafür, dass da irgendwo vielleicht ein neuer Benutzer angelegt wurde. Und das kann ich alles entweder manuell machen oder es gibt hier auch eben Flex, wo ich dann so verschiedene Common-Änderungen, also Access, User geändert, so als Template auch definieren kann. Das sind dann so Dinge wie zum Beispiel Benutzer oder Gruppe wurde geändert. Und damit ich das gerade nicht immer neu erfinden muss, kann ich halt so eine Vorlage definieren, die ich dann sukzessive auf verschiedene Ordner oder Unterordner anwenden kann. Das funktioniert natürlich nur dann sinnhaftig, wenn man das regelmäßig ausführt. Beispielsweise ihr habt einen Cron-Job, der einmal am Tag oder einmal in der Stunde das Ganze ausführt. Und dann werden halt eben Abweichungen aufgelistet. Und wenn man eh damit Cron arbeitet, das kann man dann wunderbar entweder ins Alerting, ins Monitoring mit aufnehmen oder per E-Mail, wenn man das haben will. Ich persönlich würde es jetzt nicht haben wollen, aber auch das wäre prinzipiell möglich. Was da ein bisschen schwierig ist, ist der Syntax meiner Meinung nach. Wir werfen mal einen Blick drauf. Es gibt hier verschiedene Flags, wie zum Beispiel P für Permissions, E für Inodes, User, Group und so weiter. Das ist noch relativ selbsterklärend beziehungsweise plausibel, wenn man es hier so sieht. Dann gibt es aber auch noch so Flags wie SE, Linux oder ACL. Das heißt, wenn auf File-System-Ebene irgendwo an den ACLs herumgedoktert wurde, dann könnt ihr das auch relativ schnell mitbekommen. Und dann kann man halt eben hier im Prinzip zum Beispiel sagen, naja, ich habe hier ein Template, das heißt Normal. Und Normal ist halt P plus I plus N plus U und so weiter. Und dann habe ich quasi einmal den gesamten Baum abgefrühstückt, was dann an so einer Datei mal geändert werden könnte. Das liest sich kryptisch. Das definiert man halt einmal in Fleißarbeit. Die Distributionen shippen auch meistens ganz sinnvolle Standardbeispiele, die man konsumieren kann und wendet das dann eben an. Beispielsweise, gucken wir mal hier, slash boot, da will ich irgendwie Content-Ex anwenden. Das hatten wir auf der Folie vorher oder slash opt, da will ich halt nur Content anwenden und dann muss ich nicht jedes Mal immer U plus P plus I und so weiter reinschreiben. Dann wird es ein bisschen leserlicher. Und hier ist das, glaube ich, ein Beispiel aus einer Alma-Linux-Installation. Da hat man dann halt auch so Dinge wie die Konfiguration vom Package-Manager. Das ist jetzt hier DNF und YUM. Das heißt, wenn da jetzt jemand hingehen würde und würde ein neues Repo definieren, dann würde ich dann eben mitbekommen, dass da eine neue Konfigurationsdatei ist, die dann eben vielleicht neue Software mitbringen, die ich gar nicht haben möchte auf dem System. Das ist von euch schon mal jemand genutzt? Ne? Okay, ein, zwei Hände gehen hoch. Anderes Tool, das ich auch sehr nützlich finde, ist Fail-to-Ban. Ist das schon geläufig? Okay, da gehen mehr Hände hoch. Ja, das ist so ein kombiniertes IDS, IPS, also ein Intrusion Detection und auch Protection System. Das nimmt man halt, um so dieses klassische Brute-Forcing zu erschweren. Ja, das heißt, es ist ein Framework, das ist in Python geschrieben, deswegen kann es halt auf POSIX-Systemen ausgeführt werden. Also nicht nur Linux, sondern auch irgendwie ein MacOS, ein BSD oder müsste theoretisch auch auf irgendwelchen obskuren, proprietären Unixen laufen. Und das Ganze integriert sich aber halt in Firevoice, in Mail-Server zum Beispiel, aber auch in Web-Server und Datenbanken. Also da gibt es verschiedene Beispielkonfigurationen, die wir auch gleich mal kurz sehen. Und da kann ich dann halt eben das Sinnhafte kombinieren, um die Sicherheit zu erhöhen. Ja, also so Dinge wie, jemand versucht sich dreimal hintereinander mit dem falschen Kennwort per SSH einzulocken, naja, dann sperre ich den halt für heute auf der Firewall. Dann geht das halt für den Rest des Tages nicht mehr und gilt dann natürlich auch für andere Dienste. Also wenn ich natürlich mich per SSH versuche zu authentifizieren, dann kann ich natürlich auch den Web-Server nicht mehr kontaktieren oder halt noch eine Datenbank, die draufläuft zum Beispiel. Das macht sehr viel Spaß, wenn man das testen will und troubleshooten will und sich dann quasi den Ast absägt, auf dem man sitzt, um selbst seine Security zu testen. Also das kann auch für einen selbst sehr lehrreich sein. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Auf jeden Fall. Wenn du halt schon ein paar Mal dich auf deinem System abgeschossen hast und du musst dann irgendwie über ID-Rack auf den Server, um dann die VM-Konsole zu spawnen, dann überlegt man dreimal, wie man das testet und konfiguriert auf jeden Fall ein White-Listing oder ein Allow-Listing für die eigene Admin-IP, damit das nicht nochmal passiert. Wie funktioniert das? Naja, man hat einen Filter und so ein Filter, der überwacht eben eine Log-Datei, varlog.httpd.log oder was auch immer ihr für einen Dienst hier gerne überwachen möchtet. Und ja, dann guckt sich Fail2Band das halt eben an und kann da eben nach Schlagwörtern suchen, nach gewissen Strings, die dann gematcht werden. Oder wer das möchte, kann sich da auch in voller Freude den regulären Ausdrücken widmen. Das wird unterstützt. Das ist ja in Python auf jeden Fall gut unterstützt. Und man definiert Schwellwerte, ab wann so ein System oder eine potenzielle IP dann gesperrt wird. Zum Beispiel nach drei Versuchen und dann, wenn ich es einmal falsch gemacht habe, habe ich mich erfolgreich ausgesperrt. Was dann passiert ist, dass eben eine Action getriggert wird. Das ist im Prinzip ein Skript. Also das kann ein Python-Skript sein, das kann ein Bash-Skript sein, das kann ein Golang-Binary sein. Was ihr da eben gerne nutzen möchtet, da könnt ihr euch austoben. Und die können dann eben so ein Blocking vornehmen. Zum Beispiel NF-Tables. Man kann aber auch, wenn man will, irgendwo die RZ-Firewall, die am Perimeter irgendwie steht, direkt kontaktieren und da einen Remote Call für das ganze Rechenzentrum absetzen oder so. Also da gibt es genügend Beispiele. Ist sehr, sehr mächtig. Deswegen sollte man beim Testen auch sehr vorsichtig sein. Und die Kombination von so einem Filter und einer Action wird hier im Fail-to-Bench-Breach eben Jail genannt. Das heißt, so eine Jail wäre zum Beispiel, wenn ich dreimal versuche, mich per SSH zu authentifizieren und scheitere, dann bitte NF-Tables einmal zur Sperrung ausführen. Das Rad muss man da nicht neu erfinden. Also die Distros schippen da auch gute Beispiele mit. Das war nicht immer der Fall. Vor zehn Jahren war das noch ein bisschen haariger. Aber zum Beispiel so Dinge wie SSH-D, Jobbeer, Webmin. Ich hoffe, man benutzt es nicht mehr, aber wenn man es noch benutzt, dann wäre es gut, dann eine Jail-Fire zu aktivieren. Aber auch so Dinge wie einen Nginx oder Drupal. WordPress ist auch mit drin, eine MongoDB. Sogar GitLab wäre mit dabei und die gängigen E-Mail-Server. Das heißt, das sind gute, gut kommentierte Vorlagen. Die kann man eben anpassen an die eigenen Bedürfnisse und dann einfach konsumieren. Liegt auf der Platte halt im Jail.de-Ordner bzw. in jail.conf gibt es Beispiele. Kann natürlich variieren, je nachdem, welche Distro ihr benutzt. Aber nur, dass ihr da schon mal ein Schlagwort habt. Wer von euch hat schon mal was von NBDE gehört? Okay, gucken wir es uns mal an. Habe ich auch erst vor kurzem kennengelernt und dachte mir, okay, wofür soll ich das benutzen? Und mittlerweile habe ich ein paar Use Cases gefunden. NBDE steht für Network-Based Disk Encryption und ist im Prinzip eine Erweiterung für LUX-Geräte. Also LUX ist ein Begriff, nehme ich an, das Verschlüsseln von Block-Devices unter Linux. Und ja, ist eine Erweiterung für die LUX-Technologie, um das Eingeben dieser Passphrase zu vermeiden. Also LUX kann ja LUX V1 bis zu 8 Keys und LUX 2 bis zu 32 Keys eben pflegen. Das heißt, es gibt nicht einen Master-Key, den jede Person bei euch im Team kennen muss, sondern es reicht, wenn man halt ein paar Keys vergibt. Und man kann einfach einen weiteren Key mit dieser Software im Prinzip kombinieren und hat dann zum Beispiel so Dinge wie ein verschlüsselter File-Server oder eine Cloud-VM, die auch ohne, dass ihr hingeht und die Passphrase eintippt, beim Buden automatisch das Volume entschlüsseln kann. Man hat natürlich immer noch die Passphrase als Fallback und sollte auch die Keys regelmäßig diskutieren. Aber gerade in so Setups, wo man verschlüsselte VMs in Clouds hat, was wirklich sehr sinnvoll ist, weil man sich ja die Hardware mit anderen Leuten teilt, da will man schon dafür Sorge tragen, dass wenn diese VM mal abhanden kommt, man dann halt nicht einfach die Daten sofort auslesen kann. Das heißt, das wäre dann das Tool der Wahl hierfür. Das besteht aus mehreren Komponenten. Man hat einmal eine Komponente, die heißt Klevis oder Klevis, die entschlüsselt die LUX-Geräte, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, das ist auf dem Gerät, auf dem das Volume ist, das ihr automatisiert entschlüsseln können wollt. Es gibt dann noch TANG, das ist eine Web-Server-Komponente, die läuft auf weiteren Systemen und die stellt im Prinzip Schlüssel zur Verfügung, die dann halt automatisiert dafür verwendet werden können. Jetzt gehen vielleicht bei dem einen oder der anderen unter euch so die Alarmglocken hoch, was Entschlüsselung über Web-Server-Komponente, womöglich noch über HTTP statt HTTPS. Kann man auch hinter einen Reverse-Proxy klemmen. Die Option gibt es. Und was dann noch der Dreh- und Angelpunkt ist, es gibt dieses Josie oder, ja, ich denke mal, es wird Josie heißen, Josie-Framework für die Fair- und Entschlüsselung von Token. Und das ist quasi diese drei Komponenten, das nennt man in Summe dann NBDE. Genau. Ja, Lux haben wir schon auf der Tonspur geklärt. Linux Unified Key Setup ist eine Spezifikation zur Verschlüsselung von Block-Devices als Container. Da hat euer Linux-Kernel dafür das DM-Crypt-Modul. Und das Modul ist relativ clever, das kann nämlich die AES-Beschleunigung eurer CPU nutzen. Ja, das heißt, Intel hat das seit zehn Jahren oder so drin, sodass das jetzt nichts ist, was sehr CPU-intensiv ist und euch dann quasi die Power nimmt für die Applikation. Und das hat auch nichts mit dem Dateisystem zu tun. Also es ist unabhängig davon, gibt es das Script-Setup-Kommando. Damit könnt ihr so ein Volume formatieren, öffnen, schließen und eben auch die Keys eben ändern. Nur, dass ihr das auch nochmal gehört habt. Kommen wir zurück zu NBDE. Wie nimmt man das in Betrieb? Nun, das ist ein bisschen hässlich, was jetzt kommt. Lasst euch davon nicht abschrecken. Man richtet das im Idealfall einmal ein und dann ist es funktional. Aber das gewinnt jetzt kein Design-Award, muss man sagen. Also schick geht halt irgendwie anders. Aber nehmen wir mal an, ihr habt so eine Disk, die habt ihr mit Lux vorbereitet. Naja, und dann würdet ihr hergehen und würdet auf einem weiteren System eben Tang-Server installieren. Das kann einer sein, zwei, drei, zehn, wie viel ihr haben wollt. Das ist jetzt hier ein Beispiel auf Alma-Linux. Man installiert halt ein Paket, aktiviert so ein System-D-Sockets und aktiviert hier dieses Web-Sockets. Also in der Firewall. Und ja, damit hat man eigentlich schon die Vorbereitung getätigt. Das macht man halt mehrere Male. Da gibt es auch eine wunderbare Ansible-Rolle. Wenn man das automatisiert machen will, spart man sich da sehr viel Zeit. Und auf dem Server, auf dem euer Volume ist, da installiert ihr einmal Klevis. Das wäre jetzt hier bei rettetartigem System einmal Klevis Lux und Klevis Draghout, was eben dann die Kernel-Komponente ist, die dann in die Internet-Ram noch mit reingebaut wird. Denn das soll ja beim Booten schon greifen, im Idealfall. Und jetzt wird's hässlich. Also, es gibt mehrere Policies, die unterstützt werden. Die gebräuchlichste ist jedoch SSS. Also Shamir Secret Sharing ist da das Schlagwort. Könnt ihr danach suchen. Dann gibt's eine sehr schön verwirrende Dokumentation. Und dann muss man natürlich auch dem Server Bescheid geben, welche Server zur Verfügung stehen müssen und wie viele das sein sollen. Und das schreibt man natürlich auf der Kommandozeile in einem JSON-String. Because why not? Das heißt, ich schreibe mir hier eine Shell-Variable, CFG, und habe hier JSON-Foo drinstehen. Ich habe hier einmal T, das ist ja Threshold. Das heißt, da sage ich, so viele Server müssen mindestens zur Verfügung stehen. Das ist hier relativ einfach. Wir haben dann hier einen Pin, bestehend aus zwei URLs. Schön mit Key-Value-Pairs. Server 01, Server 02. Und es müssen von diesen zwei Servern zwei verfügbar sein. Würde da jetzt eins stehen, dann würde es reichen, wenn einer von diesen Servern da ist. Und das kann man, glaube ich, auch beliebig diskutieren, was jetzt für euch am besten matcht. Will ich alle haben, reicht es, wenn einer da ist. Kann man beliebig ausdiskutieren. Und wenn man das gemacht hat, dann gibt es ja einmal das Klevis Lux Bind. Das führe ich mit dem Device auf, das ich verschlüsselt habe und übergebe als Shell-Variable die Konfiguration. Und dann ganz wichtig, zumindest auf Redhead-artigen Systemen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Debian und Co. ist, man muss unbedingt dann einen Pfad, einen System-D überwachten Pfad aktivieren, weil sonst beim Booten keine Abwache kommt, wenn die Server nicht zur Verfügung stehen. Und wenn ihr das vergesst und ihr macht ein Reboot und es sind halt leider gerade beide Server down, herzlichen Glückwunsch, System gebrickt und ihr müsst dann halt gucken, dass ihr irgendwie in Single-User-Mode über eine Live-CD oder so reinkommt. Nicht sehr schön. Ja, und dann kann man noch im Nachgang eben die Crip-Tab und die FS-Tab anpassen, dass dann halt eben automatisch mit dem Key, den man automatisch dann bekommt, das Volume einmal gemountet wird. Und dann vielleicht auch das File-System, das ihr irgendwo dann darauf liegen habt, dass das auch automatisch irgendwo eingehängt wird dann direkt in dem Pfad, wo ihr es haben wollt. Wer hat Bock, das jetzt einzusetzen? Ja, okay, ein paar Hände gehen hoch. Ich finde, das ist aufwendig, um es initial aufzubauen, keine Frage, aber es ist trotzdem ein nettes Feature und gerade, wenn ihr wirklich viel massiv in Clouds Sachen ausrollt, die sehr sensibel sind, es gibt dafür eine Ansible-Rolle und dann kann man das alles einfacher gestalten. Kommen wir zum nächsten Thema, das so mein Lieblingsthema ist DevSec. Das ist ein sehr spannendes Framework, wie ich finde, aber halten wir vielleicht erstmal fest, wir haben jetzt ein paar Tipps mitgenommen, was man so tun kann. Es ist natürlich wichtig, dass man regelmäßig die Systeme auditiert, weil so ein Update bringt neue Komponenten rein, aber auch potenziell neue Fehler. Wir kennen es, ein neues Feature kommt rein und macht erstmal was altes kaputt oder ein Bugfix bringt einen anderen wieder zurück oder einen neuen rein. Wer schon mal selbst Software programmiert hat, kennt das Leid. Und manchmal gibt es auch einfach Lücken, wo man außerplanmäßig schnell handeln muss. Also gerade so Dinge wie Heartbeat, Spectrum, Meltdown, you name it. Es gibt ja mindestens einmal pro Quartal eine neue CPU-Lücke, die irgendwie publik wird. Da muss man schnell handeln. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ihr einen Server bereitstellt, egal ob jetzt On-Prem oder in der Cloud, der soll an dem Tag, wo ihr es macht, möglichst sicher sein, aber auch immer wieder noch automatisiert reauditiert werden und angepasst werden, damit es praktikabel ist. Weil wir erkennen es, ein Testsystem, das irgendwie potgeht, was im Nachhinein noch abgesichert werden soll, funktioniert nicht. Wenn erstmal die User draufgehen, ist das System unantastbar danach, man kommt nicht mehr ran, deswegen muss es so früh wie möglich schon sicher sein. Da gibt es Frameworks, die einem dabei helfen wollen. Eins davon ist OpenSCAP. Das ist, wie der Name schon verlauten ist, eine Open-Source-Implementation von SCAP. Das ist das Security Content Automation Protocol. Das soll euch quasi automatisiert Vulnerability und eine Compliance-Messung machen und auf einer Skala von 1 bis 100 sagen, wie schlimm ist das eigentlich gerade auf dem Server. Und das ist eigentlich ganz nett. Es gibt da auch viele nette Quellen im Internet. Es gibt das OpenSCAP-Projekt zum Beispiel, es gibt das GitHub-Projekt Compliance as Code. Aber da findet man vor allen Dingen so internationale Standards, sowas wie PCI DSS, also der Standard für Kreditkartendatenverarbeitung zum Beispiel. Ist sicherlich cool, aber für deutsche Kundinnen meistens eher so semi-interessant. Da hat man ja häufig so Anforderungen, BCI C5 oder irgendwie sonst was. Das findet man da halt eher nicht. Deswegen bringt das oftmals nicht ganz so viel. Das große Problem, das ich mit OpenSCAP habe, das Konsumieren ist sehr einfach, aber das Anpassen, das ist nur bedingt möglich. Es gibt zum Beispiel, ihr habt so einen riesen Katalog, da sind irgendwie 500 Checks drin, aber fünf davon, die sind halt komplett irrelevant für euch, weil ihr es eh nicht ändern könnt oder warum auch immer. Dann kann man halt mit so einem Tailoring-File diese Checks deaktivieren. Da gibt es so eine GUI-Anwendung, die heißt SCAP Workbench. Aber jetzt eigene Inhalte bauen, also so einen eigenen Katalog, man hat im Unternehmen vielleicht eigene Security-Anforderungen, die relevant sind für euch. Das ist halt super aufwendig, weil, habe ich echt noch nie gesehen, das ist total wild. Man hat so einen XML-File, das haut man durch so eine Build-Pipeline, da wird irgendwas kompiliert und dann purzelt ein anderes XML-File raus. Das wusste ich gar nicht, dass man XML in XML kompilieren kann. Und also das geht definitiv eher in die Richtung, wie mache ich mein Leben spannender. Und deswegen, da würde ich halt empfehlen, eher so Alternativen zu benutzen wie InSpec, das gehört jetzt zum Chef-Projekt. Und es gibt CNSpec, das ist jetzt eine neu programmierte Lösung in Golang, wenn ich es richtig weiß. Und da kommt jetzt halt auch wieder DevSec mit ins Spiel, weil DevSec eben InSpec benutzt, das ist also Human Readable, weil XML, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Möglichkeit habe, XML zu benutzen oder es nicht zu benutzen, dann nehme ich meistens Letzteres. Wobei, wusstet ihr, dass der beste XML-Parser auf jedem Rechner vorinstalliert ist? Das ist RM-Kommando. Nee, Spaß beiseite. Also hier kein Hate gegen irgendwelche Markup-Languages. Ich bin mir sicher, es gibt ein Use-Case für XML. Ich versuche halt nicht mehr, was anderes zu benutzen. Und ja, DevSec kombiniert das halt. Das heißt, der Grundgedanke bei DevSec ist, naja, bestehende Systeme müssen halt regelmäßig auch überprüft werden, dass es nicht nur heute sicher ist, sondern in einem Monat oder in einem Jahr mindestens genauso. Wir haben alle keine Zeit. Wir haben im Idealfall maximal so acht Stunden irgendwie jeden Tag, die wir arbeiten. Und das wäre cool, wenn wir am Ende des Tages so Licht am Ende des Tunnels sehen und es ist nicht der ICE. Das heißt, wir müssen so viel wie möglich automatisieren. Und Dinge, die aufwendig sind, führt man halt nicht aus. So. Und genau den Gap füllt halt DevSec, weil DevSec auditiert eure Systeme und kann sie aber auch gleich absichern. Das heißt, es sagt euch nicht nur, was schlecht und ungünstig konfiguriert ist, sondern kann das auch automatisiert für euch ändern. Da gibt es sogenannte Baselines für. Beispielsweise für Linux, für SSH oder auch für Nginx. Und das Ding auditiert halt. Und ihr könnt auch automatisiert eben Fixes vornehmen. Grundlagen dafür sind ähnliche Quellen, wie das auch bei OpenSCAP der Fall ist. Das heißt, ihr habt zum Beispiel diese Sysbenchmarks, die halt eben hier vom Center for Internet Security kommen. Wir haben die NSA Hardening Guides. Und so ein Hersteller hat ja auch selbst oftmals Best Practices und so Hardening Guides. Also RedHead zum Beispiel liefert Hardening Guides aus. Für DeepBank gibt es sowas glaube ich auch. Und das wird dann halt so als Community-Projekt alles dann in so eine Baseline reingegossen. Das heißt, es wird einmal auditiert mit Inspec zum Beispiel. Und das Geile ist halt eben, es ist vollkommen egal, ob ich jetzt Ansible benutze, Chef oder Puppet. Für die meisten Baselines, ausgenommen Docker und K8s, gibt es halt auch einen Automatismus in Form von einer Ansible-Rolle, einem Chef-Cookbook oder einem Puppet-Modul. Und dann sehe ich halt im Schritt 1, was ist verwundbar und kann im Idealfall auf den Knopf drücken und dann wird es automatisiert eben gefixt. Gibt es halt in den jeweiligen Communities. Sollte man das sofort auf alle Systeme ausrollen? Auf gar keinen Fall. Also hier auch wieder Testsystem ist sehr sinnvoll. Ich bringe euch ein Beispiel, was so die häufigste Stolperfalle ist. Also hier so ein Playbook, das heißt Harden Servers. Ich führe das auf ein paar Servern aus als Root und führe diese Rolle aus, die OS Hardening heißt. Das heißt, da werden so Dinge gemacht wie Passwort-Aging, Passwort-Regeln und ein paar andere Dinge. Das habe ich gemacht auf dem System, wo Docker drauf lief. Ja, und danach war das System sicher. Es lief nämlich kein Container mehr. Und es ist ja schön, dass das System sicher ist, aber ich will es ja auch noch konsumieren können. Deswegen so Sachen wie hier SysCTL Override steht in der Doku von der Rolle drin. Naja, wenn ich Docker benutze oder VMs hoste, dann will ich vielleicht an den virtuellen Netzen auch IP-Forwarding machen, damit mein Dienst auch außerhalb erreichbar ist. Also das sollte man sich vorher angucken. Was glaubt ihr auf einem neuen Alma Linux 8 oder REL 8, das nackt installiert ist? Wie sicher ist so ein System? Was schätzt ihr? Wie viele Findings kommen da raus? Anzahl, genau. 120 Findings. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 60. 60. Gucken wir mal rein. Ja, 68 Failures und 122, die erfolgreich waren. Das ist schon irgendwie blöd. Ist aber nicht schlimm. Ich kann ja mein Playbook ausführen. Das konfiguriert hier zum Beispiel auch 8 beispielsweise. Und wenn ich es dann ausführe, dann habe ich nur noch drei Findings. Das ist jetzt in dem spezifischen Fall auch ein hardware-nahes Thema, denn da wurde irgendwie festgestellt, dass die CPU anfällig ist für Spectrum Meltdown und es war irgendwie eine alte Kiste, wo es keinen Microcode-Update mehr von Intel gibt. Und natürlich kann die VM, also es ist eine Vakran-VM, die hier läuft, kann natürlich auch nicht auf der Maschine die Firmware updaten aus der VM heraus. Naja. Long story short, also ich kann innerhalb weniger Minuten so ein System absichern, aber das sollte natürlich auf Testsysteme ausgiebig getestet werden vorher. Ja, weil im schlimmsten Fall läuft danach die Anwendung nicht mehr, dann habt ihr ein sicheres System, das keiner mehr benutzen kann. Da immer mal in die Doku reingucken von den einzelnen Rollen. Da kann man halt die einzelnen Härtungen auch abschalten, je nachdem, was ihr auf der Maschine fahrt. Und sowas ist natürlich cool für TechnikerInnen, aber das ist jetzt nicht unbedingt so SISO-ready. Also so ein SISO will irgendwie so einen geilen Graph haben, aber auch da gibt es eine Lösung. Da gibt es vom Mitra Heimdall2-Projekt und da könnt ihr automatisiert die ganzen Findings per Websocket reinkippen und dann hat man so einen schönen animierten Pie-Chart, wo ihr seht, was halt eben verwundbar ist und wie man es beheben kann. Und die Ansible-Rollen, die wollt ihr Version pinnen. Also wenn ihr Ansible benutzt, macht eine Requirements.yaml und pinnt da die Version fest, weil ist mir auch schon passiert, auf X-Test-Server die neue Rolle ausgeführt, da war ein Bug drin. Ja und danach war das System so gehärtet, dass ich einen Restore fahren musste. Also auch das kann halt passieren. Und deswegen hier auch wieder testen, testen. Wie könnt ihr das machen? Ich habe euch hier einen Link zu einem GitHub-Repository hinterlassen. Da könnt ihr das, was ich hier gebaut habe, könnt ihr einfach mal selbst ausprobieren. Das ist eine Vagrant-Box auf Basis von einem Central Stream 8. Da wird auch 8 installiert und da wird auch Hardening gemacht. Und da ist Step-by-Step genau beschrieben, wie ihr das mal ausführen könnt, wie ihr auditiert, wie ihr automatisch anpasst. Probiert es einfach aus. Feedback und PR sind da auch willkommen. Wenn euch da noch etwas auffällt, was man schicker oder besser machen könnte, dann schaut da gerne mal rein und dann lasst eine Nachricht da. Ansonsten sind wir, glaube ich, ziemlich am Ende. Ich glaube, es passt noch für ein, zwei Fragen vielleicht. Ansonsten sage ich einfach schon mal Dankeschön fürs Zuhören. Wenn euch Themen wie das interessiert, hört gerne mal in den Fokus und Niedungspodcast rein, den ich da moderiere. Da gibt es einmal so News am Ende des Monats und aber auch in der Mitte des Monats so Fokus-Folgen. Zum Beispiel haben wir was über NixOS gemacht von ein paar Monaten. Das ist hier ein großes Thema, glaube ich, NixOS. Und auch da, wenn ihr da Feedback oder Themenwünsche habt, freuen wir uns immer über Feedback. Aber jetzt kommen wir erstmal zu euren Fragen, wenn ihr denn welche habt. Applaus Oh, hi. Ich wollte mal auf dein Lieblingsthema SE-Linux kommen. Mein Problem mit SE-Linux ist, wie, bitteschön, passt man diesen Sauhaufen an? Entschuldigung. Weil dieses Ding versucht zu halb Firewall zu spielen, also ich laufe da immer wieder rein, wenn ich dann irgendwie für dollar Software die irgendwie speziellen Management-Board und ich schleife das durch meine Web-Application Feuerwohl durch. Und dann sagt SE-Linux, ja, habe ich dem Apache verboten, Board 444 aufzumachen. Klassiker, ja. Welche Distro benutzt du? Debian, Red, Rel. Also Debian hat das ja sowieso nicht aktiviert, aber in dem Fall Rel. Okay, also bei Rel funktioniert das bedeutend besser als auf anderen Distros, weil Rel und Fedora halt eben guter Doku mitschippen und auch so Presets, die irgendwie sinnvoll sind. Da gibt es auch teilweise irgendwie so, also SE-Linux arbeitet ja auf vielen Ebenen, und das kann halt zum Beispiel so Booleans setzen, ne, also Benutzer darf über Web-Server eine E-Mail schicken, ist so ein Boolean zum Beispiel, aber auch so was wie der Apache, den du benutzt, der darf nur auf 80 und 443 laufen. Da könntest du mit dem SE-Manage Kommando hergehen und könntest sagen, ja, okay, aber bitte auch diesen Port. Und das ist am Anfang echt superhaarig da reinzukommen, weil wenn man mal vom Standard abweicht, und du machst halt dein Jam-Install Nginx und änderst dann den Port, da ist die die Frustration sehr hoch, also ich kann das sehr gut nachempfinden, was du da beschreibst. Das ging mir auch so, diese Tableflip-Momente, die man dann hat, man muss da wirklich, glaube ich, einfach sich mehr mit einlesen. Und SE-Manage wird das Kommando sein, das du am meisten benutzt, weil da kannst du Ports definieren, File-Context setzen, dass dein Apache zum Beispiel auch Dateien wo öffnen darf, wo es eigentlich nicht hin darf, Klassiker, man will die war, www.html auf eine weitere Partition legen, zack, ist der File-Context ein anderer und SE-Linux macht genau nichts mehr, also sorgt dafür, dass der Web-Server nichts mehr machen kann. Ja, danke, dann gebe ich noch so als Anmerkung dazu, Web-Application-Firewall, Mod-Security, Corel-Set von OWASP ist dein Freund, wenn du einfach nur Dinge, fire and forget mal härten willst und nicht die erste SQL-Injection dich hochnehmen soll. Cool, super, vielen Dank. Ja, hallo, ich komme nicht aus der Admin-Ecke und ich habe eine zweiteilige Frage. Vor ein paar Tagen war ich ziemlich geschockt, weil ich in meinem Ubuntu das Terminal nicht mehr starten konnte. Das Terminal war in Python implementiert, ich hatte irgendein Paket installiert und das System-Python ist mit irgendeinem Modul überschrieben worden und dann hat das Gnome-Terminal nicht mehr funktioniert. Oh. Das ist, adressiert dir die Frage, dass die System-Python, System-Pearl oder was weiß ich, Ruby und so weiter nicht angetastet werden, weil ich weiß aus der Perl-Community, dass ein großes Thema ist, man arbeitet ja mit Open-Source-Bibliotheken. Wie stellt man sicher, dass die Dinger auch wirklich authentisch sind und keine Sicherheitslücke darstellen? Wird das irgendwo adressiert? Also jetzt nicht mit den Tools, die ich gezeigt habe, also was du meinst, das geht so in die Richtung der Supply-Chain-Attacks, das ist, glaube ich, habe ich den Eindruck, ist generell ein großes Thema gerade in der Open-Source-Szene. Ich glaube, bei Python gab es lange die Möglichkeit mittels PGP dafür zu sorgen, dass das authentisch ist, was du jetzt als Entwickler hochlädst, also kannst du dann halt sagen, das Python-Modul, das hier hochgeladen ist, ist jetzt wirklich von Max Mustermann und wird aber, glaube ich, in einer der nächsten PyPI-Versionen entfernt, habe ich heute morgen auf Mastodon gelesen. Wie es jetzt bei Ruby und so weiter aussieht, weiß ich gar nicht, aber es ist ein Thema, da hast du absolut recht. Ja, was ihr machen könntet, dass das System Perl nicht angetastet wird, dass sie das freest, dass sie sagt, dass die kritischen Applikationen, die unter Root laufen, die dann irgendwelche Skripte starten, also in Bash gibt es ja keine Module, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast eine Python-Applikation, mit welchem Python läuft es? Ja, gerade das ist ein Riesenthema, weil man hat auf der einen Seite ja das systemweite Python, dass man ja solange es die Distro gibt, shippen muss, also keine Ahnung, Debian 12 ist rausgekommen und jetzt müssen sie fünf Jahre lang halt diese Python 3.10-Version oder was es ist eben supporten. Rel hat bis zu 13 Jahre, die sie das supporten müssen. Das ist natürlich Quatsch, ich meine, was will ich mit einer 13 Jahre alten Python-Version? Die nutzt mir nach sechs Jahren nichts mehr. Deswegen gibt es on top halt nochmal die Option und gerade Python ist da ein gutes Beispiel, weil ich kann mit Pip irgendwie handwerken, ich kann mit Visual Environments arbeiten. das ist mitunter ziemlich herausfordernd, dafür zu sorgen, dass das alles im Zuschauen ist, den ich haben will. Weil es braucht ja nur irgendein Paket installiert werden und das Fummel in deinem System beweist dann oben. Genau. Also das ist ja echt ein sehr krasses Negativbeispiel, das du da hast. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass ein Python-Update mir ja das Gnome-Terminal zerschießt. Ist in Python implementiert? Verrückt. Gibt's weitere? Gut. Dann vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, danke fürs Zuhören. Applaus 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 Applaus